Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich möchte hier im Let's Play live in the Woods, da wir die Möglichkeit haben, werde ich versuchen, keine Tiere töten zu müssen. Außer, wenn es Spaß macht. Nein, außer wenn es nötig wird. Wenn es nötig wird, dann werde ich es tun. Wenn nicht, werde ich es versuchen zu vermeiden. Und wir werden versuchen auf biologische Ressourcen, also auf nachwachsende Ressourcen. Wenn du so einer Kuh die Haut abziehst, dann wächst die selten nach. Zumindest habe ich es noch nie probiert. Ich kann das jetzt selber aus eigener Erfahrung nicht sagen. Aber die Kuh generell, ähm, die Kuh generell ist glaube ich nicht so, die ist nicht so erpicht, glaube ich. Wenn man dir die Haut abzieht, ist das nicht so, dass sie sagt, yo, passt. Ich möchte hier im Let's Play live in the Woods, da wir die Möglichkeit haben, werde ich versuchen, keine Tiere töten zu müssen. Stößt, tut mir leid. Ich brauchte die Wolle. Ihr habt das nicht gesehen. Sie war schwer krank. Sie war schwer krank. Ich musste es tun. Fürm Bett. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wo kommt das fucking Huhn her? Ne, sorry. Also bei aller Liebe. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ein Huhn in der Höhle. Ein verficktes Huhn. Sorry. Bei aller Liebe. Das geht nicht. Wenn es nötig wird, dann werde ich es tun. Dann werde ich versuchen, keine Tiere töten zu müssen. Ich werde es versuchen. Wenn es nötig wird, dann werde ich es tun. Also, Entschuldigung. Das trägt doch keiner. Oh, oh, die Kuh greift das Schaf an. Ich komme zur Rettung. Ne. Oh, das Schwein ist krank. Hier ist gerade, hier ist gerade ein Hühnchen gestorben. Hatschi. Oh. Oh, was ist denn da passiert? Oh. Weißt du, was wir auch sammeln können? Lustige Hüte! Das stimmt überhaupt nicht. Du tötest, wo du gehst und stehst, tötest du. Ich habe noch nie getötet. Du warst doch derjenige, der fragt, nur darf ich die Tiere wirklich nicht töten?